Und warum kaufe ich mir das nicht einfach, sondern baue es selber ab? Warum? Damit ich aus der Abhängigkeit von ausländischen Produzenten herauskomme. Und die Rohstoffmärkte unterliegen einem gewissen Zyklus, also auf und ab von Preisen, die aber zum Teil bei einigen Rohstoffen sehr volatil sind. Das heißt also, wir erleben Zeiten von extrem Niedrigpreisen, wie im Augenblick. Wir erleben aber auch Zeiten von extrem Hochpreisen. Und gerade in einer sensitiven Produktion, wie wir das also bei unseren verarbeitenden Unternehmen in Deutschland haben, die eben auf preiswerte Rohstofflieferungen angewiesen sind, bedeutet das natürlich dann, insbesondere in der Hochpreisphase, ein extremer Kostendruck, der zusätzlich kommt. Und diesem Kostendruck kann man begegnen, indem man eigene Rohstoffgewinnungsassets aufbaut. Kostendruck